Yo, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Sülze mit der Sülze. Ei. Das war Enno, das war Sef, das Papo. Und jetzt fehlt noch Kalle. Hä, ist Sef jetzt bei der Sülze? Nee, aber Gru ist gerade in Aachen. So, die macht gerade, die geht baden irgendwie. Also, das war ganz weird. Die ist gerade in Aachen. Okay, aber Gru ist gerade in Aachen. Also, ihr seht, heute versuchen wir es nochmal. Äh, gucken wir einfach mal. Ähm, gut, ich hab natürlich auch wieder was vorbereitet. Wir haben einen Kommentar und einen coolen Twitter-Post. Kommentar haben wir hier. Da Sef auch heute wieder dabei ist, ist das natürlich super. Mit Sef erreicht die Sülze immer ein neues Qualitätslevel. Das ist tatsächlich so. Den Kommentar hab ich auch gesehen. Ich wusste nur nicht, in welche Richtung das geht. Versteh ich aber nicht, weil... Nee, die Sülze wird dann ein bisschen stückiger. Mit ein bisschen mehr Sülze drin. Aber nicht auf dem Level wie mit Gnu. Wir vermissen dich, Gnu. Bitte komm zurück, wir mögen Sef nicht. So, ähm, dann habe ich von Dark holen. Dann habe ich von Dark holen, jetzt seh ich gerade auch den Kommentar. Von Dark holen, könnt ihr mal, hab ich mal reingeschickt. Haben wir hier, mhm, das beste Essen, was man am 16. August 21 um 9.17 Uhr am Vormittag posten könnte. Eine richtig schöne Sülze-Wurst auf einem Teller. Boah, das sieht so lecker aus. Und das Toast war immerhin. Und dann dieses Toastbrot. Oh, wie schön ist das? Und, dann haben wir hier im Kommentar... Erapfert. Ich dachte, wir reagieren noch ein bisschen auf das Bild. Da ist ja noch einiges zu erzählen. Auch das Geschirr. Ja, also, ich weiß nicht, was ich hatte zu sagen. Es sieht aus wie eine richtig schöne, alt-deutsche Hacksülzen-Sülze-Sülze. Aber, nee, das ist so eine Sülze-Wurst aus der Folie. Das sieht man doch. Das sieht aus wie so eine Zitronenrolle, nur aus Wurst. Also, lieber Sülze, richtig schön vom Schlachter. Da weiß ich ja noch, wo ich herkomme. Erapfert. Ja, ich finde, ja, den Kommentar von Night Fury, finde ich, okay. Erapfert. 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 Okay, ja, damit haben wir es, glaube ich, gesagt. Ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit, zwischen der Sülze-Folge, wo ich so hart verschissen habe, und dieser Folge habe ich mit Kler ein wenig den Killer gespielt und er hat mir ein bisschen Tipps gegeben und es war ganz erfolgreich, sagen wir mal so. Deshalb spiele ich den heute nochmal und versuche, das zu begradigen. Ich kann aber nichts versprechen, aber schau mal einfach rein. Let's go. Sehr gerne. Ja, alle anfangen mit irgendwelchen E-Sportlern zu trinken. Das ist kein E-Sportler, der ist Livestreamer. Junge, der ist viel eher Mode-Ikone und Lifestyle-Star, aber nicht E-Sportler. Und er hat auch nur 9500 Stunden. Genau. Der Noob. So dumm, ey, wow. Papu, du bist ja Rang 2, ist ganz schön schlecht. Imagine 9000 Stunden. Ja, stell dir mal vor, ich wäre Rang 1, das wäre echt besser. Naja, aber er stirbt immer als erstes, also Rang ist einfach wertlos. Ja, das ist für mich in Ordnung. Ich spiele halt als Teamspieler, was nimm ich meinen. Das ist einfach wertlos. Das ist einfach wertlos, Digga. Aber es fällt wirklich auf. Ich glaube, Christo ist einfach sehr gut darin, sich immer unbeliebt zu machen als Survivor. Nee, dafür muss er nicht als Survivor sein. Peng, 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 Schotzafeier. Alter, ich habe mir die ganze Dose Red Bull in die Brille geballert. Du auch? Ja. Schick mal an den Zell, die sieht bestimmt witzig aus. Die ganze Dose in der Brille? Hä, wie geht das? Scheiße. Ja, denn nämlich letztes Mal habe ich den Killer tatsächlich noch gar nicht so verstanden. Bitte, Günter Netzer? Ja, du hattest das letzte Mal in dem Bild, der halt kackt. Erstens das, und zweitens habe ich den Killer an sich auch noch nicht so richtig gecheckt, wie man den spielt. Mit den Ladungen, ne? So, genau. Du hattest auch dieses eine Add-on, was ein bisschen semi-vorteilhaft ist. Also, kurz gefasst, das war scheiße. Richtig, und das hatte ich noch nicht so gecheckt, das war leider ein bisschen Lost in Space. Aber jetzt habe ich den richtig gecheckt zumindest. Habe auch schon, ich glaube, ich habe eine Weltrekord-DVD-Runde hingelegt neulich, innerhalb von einer Minute das Spiel gewonnen. War Ehre. Ja, weil alle die Seed waren, oder was? Nee, ich habe einen Triple-Kill mit einer Aufladung gemacht. Okay, das ist geil. Das ist ja richtig. Dann sind die Gerage-Hitled und dann gemacht. Ey, kannst du auschecken auf meinem Twitter, Ehre. So, rein. Hast du einen Clip gepostet? Ey, warum Compacted Intervention, du kleiner Bauer? Ja, was sollt, er kommt schon. Ich sehe ihn schon kaum. Habe ich gepostet, den Clip. Wo seid ihr denn? Ich habe euch noch gar nicht gesehen. Nirgendwo. Wir sind vor allem sehr verteilt. Wir sind auf jeden Fall sehr verteilt auf anderen Stellen. Kappa, Kappa, eh. Kappa Klaus. Tamina, Tamina? Tamina, wenn da so ein Toten ist, ne? Weiß ich nicht, ob das fliehen ist oder nicht. Naja, wenn es reuchtet, ne? Oh, shit! Hab dich, Sef! Oh, Mann. Ja, sehr gut, ich habe nicht mit Bamboozle gelesen. Ja, da hinten war Feuer, oder? Ja, was ist Bamboozle? Ja, wenn er durch Fenster steigt. Er hatte ich also Bamboozle, sagst du, ja? Ich habe ihn, absolut. Bamboozle gelesen, bamboozled. So, Mann. Mach mal hingefallen, da lag eine Banatenschale. Was ist denn das hier? Ich fass' das nicht. Aui! Oh, hast du ein Glück! Nee, nee, ich habe den Baum genutzt. Ich habe den Baum genutzt. Ich habe den Baum genutzt! Ich habe den Baum genutzt! Du Schwein! Das ist jetzt... Unions dick. Das ist schwieriger, ne? Das ist jetzt nicht so gut. Ja, aber nicht alle auf dem Haufen rennen, oder? Das ist... Ich finde, wir sollten das machen. Wir sollten ihm einfach ein Drittophos schenken. Jan Rush liegt auf dem Boden und verreckt wie... Ne? Wie in einem Hase. Ich bin ein süßer Hase! So... Komm mal her, Max. Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Ich... Ich würde dich jetzt einfach mal heilen. Ja, ja. Ja, komm, ich lasse mich an. Ich weiß, ich denke mal, gegen Bubba hilft heilen doch eigentlich gar nicht richtig, oder? Gegen Bubba? Puh, bisschen. Naja. Dann hört er uns nicht, ne? Ja, gut, das ist alles. Bubba, fett. Ey, kennt ihr das? Ist von Herr der Ringe. Nee. Oh, nee. Warte. Harry Potter. Prinz of Persia und die Scheiße der Scheißen. Okay. Scherze, kannst du das bitte lassen? Womit? Ja. Scherze. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Die Web ist auch klein. Die Web ist wohl kleiner. Irgendwer in einem Web oder was? Ich hab... Okay. Also wir haben noch keinen Gen gemacht, Leute, ne? Ja. Naja. Nee. Kalle, wo ist dein Genrush? Hier. Oh nein, warum mach ich das? Das war richtig dumm. Das war ja komplett ne Katastrophe. Das war wirklich ne Katastrophe. Also wir haben das... Oh Mann, ey. Ich hoffe... Vier Haken für keinen Gen ist, glaube ich, keine gute Quote, Leute. Nee, Digga. Aber daraus kann ja noch was werden. Das Ding ist, ich kenn die Map halt echt null. Das ist die Clown-Map, ne? Die hat man richtig selten gefühlt. Die ist eigentlich gut. Du bist ein Clown. Oh shit. Ey, wenn du das nochmal sagst. Was ist denn mit... Was ist denn hier los? Ey, eine kleine... Hommage... Hommage an... Du... Ein kleiner Hummer Simpson. Was? Hast du nicht vorhin getweetet, du bist der Hummer Simpson aus Spandau? Gestern, Digga. Lern mal Deutsch. Tentrum! Du mieses Arsch! Okay. Ich vergesse jedes Mal, dass der nicht aufhört. Ach, scheiße! Warum? Ja! Ist das witzig, ey. Ja, nur weil du nicht dabei bist, Hanno. Ich hab's verstanden. Okay. Also, Kalle hast du heute was wegen mich? Nö, so ein bisschen. Sehr gut, Max. Jet Rush! Hast du ein bisschen was gegen mich? Oh Mann, das ist so traurig. Was meinst du damit? Also, ich seh nur, Kalle macht Jen Rush auf jeden Fall. Max macht auch Jen Rush. Und Seth macht Chase Rush, oder? Ah, okay. Ja. Röfi-Action. Jetzt ist er bei mir. Er ist bei mir, er ist bei mir, er ist bei mir. Jetzt checkt er den Jen hinten. Hinter mir, jetzt kommt er wieder zu mir. Oh, nice. Hör zu campen! Naja, er hat kurz gecheckt, ne? Er hat nur kurz gecheckt, ne? Ist ja kein Campen. Es ist kein Campen, wenn du nicht du bist, was? Oh, du bist wieder untergegangen. Nein. Du bist wieder untergegangen. Hm. Doch, ist er. Die kleine Drecksau. Komm her, Max. Ich checke die... Ist das ein Jungle-Dings? Oder wird das? Oder wird das das? Die Mosen. Ah! Das war mir! Falle in der Falle! Falle in der Falle! Falle in der Falle! Scheiße, ich dachte ich kann doch schnell die Falle legen, aber es ging nicht. Tschüss Kalle! Ja, ja. Aber es ist schon ein Dreis, dass du diese One-Shine packst, weil... Ja, es ist halt Dreis mit dem Killer, ja. Warte mal, du spielst... Ah! Vor allem, dass es halt so auch so ein bisschen so ein... Also, in Anführungsstrichen Braindead-Build, weil... Mit Bambusel musst du halt nicht mal vor Fenster irgendwie Respekt haben, so. Naja. Ja. Das heißt schon. Hast du mich grad... Hast du mich grad Braindead genannt, du Arschgesicht? Ja. Ja, dich persönlich. Er campt. Der ist jetzt im Haus. Er ist im Haus. Vor allem, einfach richtig ernst. Er kommt genau in eure Richtung. Er campt. Er hat doch wahrscheinlich, äh... Links da, ne? Was hab ich? Mich checkert die Strukturen hier nicht. Kann hier mal ein LT-Wall kommen, Alter? Der ist Sepp. Und... Max? Nee. Ich dachte, er kommt. Alles gut. Er kommt da, oder? Ja, er kommt. Komm her. Dann lass den erst fertig machen. Okay, ich hab Rolf. Oh, was? Ich hab immer noch Rolf. Alter. Du hast immer noch Rolf. Immer noch Rolf. Das ist gut. Oh! Hier war das übel ungesägt. Ungerollt. Kannst du mich noch eben anfassen? Ja, ja. Oh, hier war doch ein Haken. Ach, hier. Genau, hier. Papo müsste Hanno eigentlich holen, ne? Das haben wir sehr gut gemacht. Ja. Ja, aber Papo ist verwundert. Ja, aber ist ja egal. Papo ist nicht verwundert. Ist ja mal... Äh, 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 naja, One-Shot ist ja eh alle. Papo geht's gut. Okay, der kommt jetzt in unsere Richtung. Hart im Nehmen ist halt richtig dumm gegen ihn. Ja, ja. Du musst halt verletzt bleiben, wenn du hart im Nehmen hast. Ist das nicht eiserne Welle, wo man nicht rumheult? Ach, und der hat auch das, dass man, äh... Franklins, ja. Das ist ein Itempfeil. Er magst du da den Gen... An dem Gen irgendwo wieder. Ja, okay, ja. Ja. Okay. Ja, ich war greedy. Nee, ich wollte die Palette saven. Ich war zu greedy. Weiß jemand, wo die... Ja, komm mal her mit deinem Hinterkopf hier, Sef. Das ist für letztes Mal. Ja, ja. Ja, ja. Aber weißt Hef jetzt stimmt. Ja. Ja. Jetzt, jetzt spawns sie gleich. Okay, wenn du sag... Also wenn du weißt wo, sag Bescheid. Ich hab Schlüssel. Er hat einen Schlüssel mitgenommen. Das war aber eine gute Sache für die... Für die letzte Episode. Außer Tour, Digga. Außer Tour, ey. Witzig. Witzig und spritzig. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, wo... Scheiße, du ja! Nee, so nicht, Kalle. Nein! Don't do it! Doch. Ist Kalle jetzt tot? Ja. Oh nein. Kalle, ich werd dich hier... Ich kacke an die Tassen. Ich werd dich hier an die bösen Pferde verfüttern. Oh, hallo Max. Äh, nein! Die bösen Pferde. Das ist Maurice! Stirb. Oh, er hat BBQ, er weiß wo wir sind. Er weiß wo wir sind. Ich hab kein BBQ tatsächlich. Wirklich nicht. Hast du Killer Check gecheckt, Max? Ich hätt es jetzt auch schon hören können, dass du das hast, weil... Du bist halt straight. Oh mein Gott, boi, wusstest du das? BBQ. Ha 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 ha. Ha 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 ha! Oh ja, du kleine Schöne! Ach, Schlie bringt auch gegen die Kettensäge... Hat im Nehmen nicht viel, weil er einfach weiter... Ja, ja, war schneller auch dann. ja ich weiß es nicht der schlüssel liegt bei meiner leiche christo aber wohl hier liegt auf dem boden noch mal gucken aber mal gucken vielleicht hat er glück und er findet die die luke vielleicht habe ich glück man weiß es nicht genau ich hatte sie auch schon wer weiß dass schon moris hatte ich verpetzt einfach unsichtbar was ist moris das fährt das fährt vom clown na wasser du bist da da warst du ja so kleines pöppchen du also bin ich ehrlich hättest jetzt moris nicht erwähnt dann hätte er nicht bescheid gewusst doch ich habe hier tatsächlich ich habe hier den ich habe hier einen blutfleck auf dem boden gesehen ich wusste dass er hier ist das mit dem blutfleck das war einfach unnötig die kommentare also die runde also sterzich du hast dich extrem mehr krass verbessert aber wir haben auch in der runde alle komplett ja das ist richtig aber fühlt sich das gut an leute ihr habt euch doch abgesprochen ihr habt das auch extra gemacht und mir ja natürlich damit ein video jetzt auch mal okay ich würde ich würde auch tatsächlich noch eine schnelle hinterher machen wir sind bei 15 minuten ich mach gleich mit ihr schluss kalle jedoch selber nach hause jetzt noch mal ich glaube tatsächlich nicht ich glaube ich bin fertig mit ihm war es dann auch den spiel ich nie wieder richtig aber ich würde einfach den hier spielen kommen abfahrt richtig und wichtig wirst du das video schneiden stärzig nein meinst du könntest du mich in der video beschreibung erwähnen hast du schon wieder einen anfang ich habe gerade was gewonnen ich weiß genau was macht er will zeit sind mit geräuschen damit das einstellen kann ja ich habe ich euch getreut ich mache keine geräusche um meine ich mache das auch immer ich mache das auch immer ich weiß glaube ich das auch immer wieder rein in die Runde? Ja, klar, Digga. Scheiß-Community. Hey, Leute. Ich will meine letzte Räume vollreißen. Also, komm mal, der Scheiß-Community. Letzte Räume. Scheiß-Community. Ich esse meinen eigenen Stuhlgang. Meine letzte Räume. Kalle, Alter. Er ist wie so ein Rabe. Wie so ein Hahn. Es ist die Phase der Aufnahme. Ihr wisst einfach nicht, welche Tiere ihr da schmeißt. Ich glaube, kennt ihr bei Hunden so die fünf Minuten, wo die so richtig rumsprinten? Das ist, glaube ich, gerade passiert bei euch. Bei euch. Ihr seid Schmutz. Scheiß-Community. Hast du doch gesagt, Hunde sind Schmutz. Hahaha. Hahaha. Was ist denn hier los? Wie das ja verbotene Perk. Eins, eins... Alle Corrupted Intervention. Alter, ich korrupte dich in dein Asshole. Okay, er schmutz die Seuche, Leute. Ich korrumpiere dein Intervention. Passt ja zu ihm. Schätze ich, du bist das Virus, was diese Firma auffrisst. Schätze ich. Schätze, witzig. Also, ich sehe hier ein paar Gents, die sind alle Corrupted. Der will mich, der will mich ankotzen, der Boy. Was will ich? Ich wollte es auch gerade sagen. Der will es mich ankotzen. Das musst du da. Aua! Nee, ich hau dich einfach nicht. Ich dachte, er... Ja, spür doch. Er ist noch bei mir. Er ist noch bei mir. Das ist jetzt der dritte Gen, der... Sitzt am Gen. Irgendjemand ist schon hier mit angekotzt, oder? Auf der Seite sind alle, ihr müsst hier mal rüberkommen. Oh, Dead Hearts! Oh, Dead Hearts! Oder wie, oder? Moin Mädels! Moin Jungs! Wo ist die andere Seite? Ach, das ist so eine Schlauch-Map. Er ist immer noch bei mir. Sehr gut. Halt die auf. Überlebe einfach. Yippie! Jaikas! Jaikas! Vergiss nicht die Dead Hearts! Na! Alle Dead Hearts! Oh! Woah! Die Dead Hearts, Papo! Oh, du hast aber das Perk, damit du schneller wieder schlagen kannst, ne? Du kleiner Schlauch-Map. Das hab ich tatsächlich nicht. Okay, warum kannst du noch nicht schlagen? Du cheatest, Hacke! Weil ich cheate. Mhm. So, Papo hängt. Also, ich hab jetzt so viel Zeit rausgeholt in der Team. Da kann man auch schon mal Props geben. Wir haben doch gejennt. Wir geben so Props, Alter. Wer ist eigentlich Jennifer? Die Frau kommt. Die Frau mit dem schlechten Atem ist schon wieder unterwegs. Nix. Also, Kalle? Wer hat die Corona-Warn-App hier? Ich hab die... Also. Okay. Wo ist die Frau hin? Du bist nicht voll... Du bist nicht voll infiziert. Das heißt, ich werd jetzt nicht stinky, wenn ich dich anfasse. Oh, ja. Du kannst... Achso, heilen bringt nix, ne? Nee, du wirst gleich... Du musst dich an den Brunnen heilen. Die Frau kommt zu mir. Oh nein! Nenn mich Finja. Finja kommt zu mir. Nenn mich die Frau. Die Frau mit mir. Oh mein Gott! Okay. Komms nicht vorbei. Oh nein, ich muss mich waschen. Oh nein, ich muss mich waschen. Schon wieder duschen. Daneben. Oh! Du bist voll voll gekostet. Ich erhole mich. Seibe um... Ich erhole mich. Du leuchtest mit deinem Morgenstern der Nacht. So hell im Mondlicht. Du bist rechtlich. Ich bin nicht verliebt in mich. Dieses Gedicht umseibt mich. Ich... Ey, der war aber... Der war aber richtig lang. Das tut weh scheinbar. Oh nein. Was? Das ist nicht abgelenkt. Der war lang. Haha. Haha. Das hör ich häufiger. Echt? Wenn ich in den Arsch... Ich mein in den... Alter! Hey, wir müssen weiter... Wir müssen weiter Ruff sagen. Es ist äh... Möglich Kalle. Killer geblendet. Also gerade mal an alle Gents... Während ich sterbe. Boah! Machen gleich. Das ist okay. Ich bin gleich bei der Hälfte. Nein, noch lange nicht. Dega. Ich bin unterwegs. Okay. Also bei mir... Hey Steph, willst du mich trollen? Ich kam doch gerade. Ich kam, ich sah. Ich sah. Ich siekte. Und siebte. Spiel! Und sieg! Komm mal hier hin. Eine andere Richtung. Also genau gegenüber. Süßt du mich noch? Ja. Ich kotze hier alles im Strahl. Wir sind ja beide jetzt vergiftet. Kalle, du machen sich. Du machst mich krank, Kalle. Müssen wir nicht? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir uns nicht säubern? Nee, lass uns nicht waschen. Okay. Wasch dich. Ich bin ein Stinker. Verstehe. Ich stehe. Er ist gerade durch die Hürde irgendwo hin. Ist die Seuche eigentlich, das ist einfach random, ne? Die ist nicht aus irgendeinem Film oder so. Ne, die ist einfach random. Doch, die ist aus die Seuche 1 und 2. Ich habe hier noch einen, Christo. Oh, guck mal, hier. Können wir den, ne, ne? Christo, ich habe hier noch einen. Ich weiß, wo noch einer ist. Ja, ich war jetzt drüben, ne? Gegenüber. Aber gehen wir nicht irgendwann down, wenn wir uns nicht waschen? Ne, ne, wir sind jetzt nun verletzt und können uns nicht heilen. Das ist alles, was es macht. Okay. Äh, he's coming. Ach, nicht waschen ist gut, oder was? Nicht waschen ist auch okay. Ja, ja. Kommt doch bei den Mädels immer sehr gut an. Äh, Max, bist du jetzt bei dem Zen? Ja, ich hab. Alles gut. Irgendjemand hat Röv und erzählt es nicht. Ich hab Röv. Der macht Röv. Ich habe so einen richtig dick Röv. Also, was wir halt machen könnten, ist, wir haben jetzt halt drei Leute, die vergiftet sind. Wenn wir uns alle drei an den drei übrigen Brunnen heilen, dann werden die resettet. Dann kriegt er die schwarze Kotze nicht. You are my friend. You are my passion. Also, ich nehme einen Brunnen. Hat die schwarze Kotze? Der hat die schwarze Kotze, ne? Ich hab keine schwarze Kotze. Die schmeckt. Uff, da hat sich jemand geheilt. Nee, gewaschen. Komm her. Mit allen Wassern gewaschen. Äh. So schön. Ich wurde weggekotzt. Da lag eine Banane. Ich wurde weggekotzt. Er rennt dem Wolf. Er rennt dem Wolf. Er geht jetzt auf Christo. Er kommt zurück, oder? Ja, geradeaus, 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 geradeaus. Ja, durch die Wand, ja? Ja, ja. Ja. Wie ein Renault. Na, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Doch. Achso. Hör bitte auf. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Ja, wir haben ein Problem. Weil er hat jetzt auch Christo gesehen. Jo. Komm schon. Ich kann auch hingehen. Ich bin noch unberührt. Ich bin nicht gehen. Na, dann geh du. Okay, dann mach ich, Jen. Oh. Ich halte mir vor, liebe Maustaste eins an Dingen. Hehehe. Iyada. Also, irgendwer ist noch an dem Jen. Ich. Oder er heilt sich. Äh, Karl, bist du unterwegs? Ich bin gleich da, ja. Okay, sehr gut. Ja, weil er in den genauen Ebenen hat. Ja, ja, das ist ein Problem. Er hat aber keinen Spaß mehr, glaube ich. Das Problem ist, du musst ihn vielleicht blocken, weil sonst sterbe ich. Aber du bist halt jetzt von mir weggekommen. Ja, dann sterbe ich jetzt, weil ich häng schon zweimal. Ja, du hättest quasi mich nutzen müssen. Nee, du musst an mir dranbleiben und ihn blocken. Nicht andersrum. Und jetzt hast du dir for free angefangen. Oh, Klaus. So. Er hat schwarze Kotze. Toll. Das war's, glaube ich. Toll, super. Ja, gut. So. So viel zu spielen mit der Silze. Und Spaß. Das man immer erst aus dem Match geschmissen wird, bevor man zugucken kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh na, 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 na. Uno. Ihr müsst irgendwie fühlen... Kalli! Du hast mich dann angespuckt. Wie lange hat er das denn? Eine Minute. Nee, das hilft dir nicht. Das hilft dir nicht, Kalle. Oder stell dir, du hast die schwarze Kotze eine Minute, oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube ja, ungefähr. Ich glaube ja. Es fühlt sich an wie eine Minute. Also ich finde, eine Minute ist extrem lange dafür. Ja, ist schon heftig. Vor allem, wenn ihr alle in der Umgebung seid. Das ist halt wirklich, aua. Ja! Simi! Je-ha! So. Kein Mori-Fuil! Och, ich habe eine bestimmte Person, die ich gerne... Wo habe ich den denn nochmal umgehauen? Ach ja, hier, da hinten sehe ich sie doch. Barbecue hilft, ne? Barbecue und Kacki. Ich höre dich heul. Mann! Salzige Lippen sind von Arsch. Hallo! Oh! Boah, voll auf den Kopf. Boah, voll auf den Kopf. Oh ja, die kotzt einen ja immer komplett in den Rachen. So und jetzt in deinen Mund! Oh ja, gib mir einen Zunkuss, Scherze. Komm schon. Boah, nochmal einen Slap in die Fresse. Ja, die wird immer spontan sehr kinky. Ja, das war witzig. Was war witzig, ne? Was war witzig? Ich muss sagen, nach letzter Woche fühlt sich das sehr gut an. Ich glaube, es reicht auch für heute. Morgen sehen wir uns dann bei Seth, nicht bei Gnu. Eine weitere Woche. Und ja, checkt da gerne alle aus nochmal. Und tschüss! Tschüssi! Tschüssi! Haut rein, Freunde!